hallo und herzlich willkommen zum item shop watch bei guildnews.de mein name ist eckles und ich stelle euch heute den schild server skin für den schwebe rochen vor er kostet 1600 edelsteine heißt im englischen shell server skin skimmer skin hat vier farbkanäle und ist eine schildkröte ist das nicht toll endlich können wir auch mit einem richtigen skin und nicht nur mit kolibri unter wasser tauchen ab heute so so sieht der skin aus ich mount auch mal ab für euch und wieder einmal die oberfläche ist das klappt das nicht so so sieht der gute aus wir färben ihn einmal kurz ein der wochen wie ihr seht vier farbkanäle ist das nicht großartig ja das ist großartig so so einmal umgefärbt dementsprechend erkennt ihr auch die farbkanäle sie ist schön gemustert dieses schildkröte und wenn man schwebt macht sie die flügel deutlich breiter das ist großartig so leider kann ich euch noch nicht zeigen wie sie unter wasser aussieht das ist natürlich sehr optimal unsichtbar zu werden auch die auftauch animation also die aufwand animation hat ein eigener farbkanal der ist gerade über grün definiert ansonsten wer blau in der standard format farbe wenn ich richtig kopf habe wie gesagt 1600 edelsteine was halt hier von dem skin holt ihr euch holt ihr euch nicht zu teuer ist euch vielleicht sogar mehr wert schreibt es mir gerne in die kommentare wir sehen uns und hören uns beim nächsten video macht's gut bis dahin und tschüss